Wie nennen sich diese Bücher? Dream-Planer, Bullet-Journal, Journal, Erfolgsbuch, Dankbarkeitsbuch oder einfach nur ein Tagebuch? Kurz gesagt, ein Kalender, den wir selbst basteln. Ein Bullet Diary, geht auch. Auf jeden Fall bastle ich hier eine Jahresübersicht. Ich fand für den Start es einfach ganz passend, dass man erstmal so das Jahr hat, was man in Übersicht hat und kleine Notizen darunter schreiben kann. Die Jahresübersicht kann auch auf zwei Seiten einfach aufgeteilt werden. Ich habe das jetzt hier auf einigen Seiten mehr gemacht. Und die Jahresübersicht schließt nicht aus, dass ich noch Monatsübersicht mache, genau, einfach um Geburtstage zu notieren, die der ein oder andere noch in dem Monat hat. Aber für Stichpunkte oder für die Ferientage, die dann da sind in dem einen oder anderen Monat, dafür habe ich dann diese Jahresübersicht. Natürlich können die Seiten selbst gestaltet werden, aber ich hatte von einem alten Kalender noch hinten die komplette Jahresübersicht fürs neue Jahr. Ich habe die einfach ausgeschnitten und ein bisschen gebastelt. Ich liebe Journals mit einer sehr guten Qualität, also einfach festeren Seiten, damit einfach verschiedene Stifte auch benutzt werden können, die nicht direkt durchdrucken oder auf der anderen Seite zu sehen sind. So kann dann mit verschiedenen Stiften gearbeitet werden, weil die Qualität der Seiten gut ist. Falls doch so ein Stift durchdruckt, da kann natürlich der Fantasie viele Rechnungen. Raum gegeben werden und das Ganze kann nochmal überarbeitet werden mit schönen Blättern, Karten und auf den einen oder anderen Stift zu achten, dass er doch nicht für dieses Buch geeignet ist. Die Jahresübersicht ist eigentlich recht schnell gemacht, ob selbst draufgemalt die Zahlen oder draufgeklebt, wie ich das jetzt hier vorne mache. Das Spannende ist dann für mich immer diese Wochenplanung, wo ich jeden einzelnen Tag habe und einfach mehr Platz habe, um Dinge zu notieren, für die ich zum Beispiel dankbar bin oder ein positives Ereignis an einem Tag. Meine Freundin erzählte mir von der Gewohnheit ihres Lebenspartners. Und ich fand die Geschichte wirklich interessant, weil ihr Partner einfach sehr darauf Wert gelegt hat, dass an einem Tag, also in den 24 Stunden, die man jeden Tag hat, etwas Schönes passiert. Dass man wirklich sich einfach eine halbe Stunde oder eine Stunde oder einige Minuten Zeit nimmt, um irgendetwas Schönes zu erleben. Ob es ein Spaziergang war oder eine Geschichte, die man sich erzählt hat und über die gelacht werden konnte oder ein wirklich leckeres Essen, was man vielleicht zusammen vorbereitet hat. Ich fand diese Idee wirklich schön und wenn jeden Abend etwas Platz ist, um sich eine Notiz zu machen über das schöne Ereignis an einem Tag, dann schläft man mit guten Träumen ein. Ich habe heute einen schönen Anruf gehabt, ich habe mit einer Freundin gesprochen, ich habe eine Karte zugeschickt bekommen oder fünf Minuten für mich gehabt oder ein Buch gelesen oder selbst eine Freude dem ein oder anderen bereitet. Oder ich habe Erfolg gehabt, irgendein Erfolgserlebnis, auf jeden Fall etwas Schönes aufzuschreiben, ja, ich denke, da ist was dran. Dass die Gedanken dann automatisch in eine positive Richtung gelenkt werden und vielleicht auch die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird, jeden Tag etwas Schönes zu erleben. Im nächsten Video geht es auf jeden Fall um die Monatsübersicht. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.